Hallo zusammen und willkommen zur zweiten Folge Top CDR Tweaks in diesem Jahr 2014 und es geht heute wieder um iOS 7 kompatible Tweaks und Winterboard Themes und wir steigen direkt mal mit etwas ein was so ein bisschen noch in die Weihnachtszeit rein gehört aber dadurch ihr wisst ja schon globale Erwärmung und so weiter haben wir eben keinen vernünftigen Schnee gehabt dann können wir es doch wenigstens richtig schön kitschig auf dem Display unserer Smartphones schneien lassen klingt ein bisschen arm ist es vielleicht auch ist aber ein ganz witziger Tweak und der heißt Snowverlay ist von Ryan Patrick den findet ihr im Ryan Patrick Repo ich blende gleich noch mal die genaue URL ein damit ihr die hinzufügen könnt bei euren Cydia Quellen und was der Tweak hier macht ist im Endeffekt dass wir diese Schneeflocken sehen egal was wir hier aufrufen wir haben sie dann permanent mit dabei das kann natürlich ein bisschen störend sein wenn man sich im Browser befindet wenn ihr hier schaut sehen wir die sogar auf dem Lockscreen und ja das ist es auch schon also im Endeffekt permanente Schneeflocken der Tweak hat leider keine Einstellungen in keinen eigenen Panel in den Einstellungen was bedeutet dass wenn ihr ihn deaktivieren wollt müsst ihr ihn auch komplett entfernen das machen wir dann auch direkt mal mich erinnert dass er persönlich sehr an diese uralten Websites bei Geocities und so in den 90er Jahren wo jeder tausende animierte GIFs und lauter kitschiges blinkendes Zeug und eben diese Schneeflocken mit JavaScript und so einem transparenten GIF auf seiner Seite hatte Gott sei Dank sind diese Zeiten vorbei aber ist es irgendwo auch lustig das da drauf zu haben und weiter geht es auch schon mit einem an Jarvis OS angelehnten Theme das ist das Betriebssystem von dem von der künstlichen Intelligenz von diesem Butler von Tony Stark in Iron Man und eigentlich eine super coole Idee aber wir sehen hier mal wieder wie das schief gehen kann wenn man sich darauf verlässt dass andere Icons die man noch nicht gefiehlt hat in einem bestimmten Stil angelegt wurden und hier ist es so dass eben beispielsweise beim Google Plus und beim YouTube Icon sehen wir dass das ist sehr unschön maskiert wird und dass das stört so die ganze Optik der nicht gefiehnten Icons wenn man es gibt ja so Leute die organisieren an ihren Homescreen so dass es nicht stört für die könnte dieses Theme interessant sein ansonsten vielleicht als Inspiration für Theme-Macher in der nahen Zukunft diese Idee die Icons ein bisschen holographisch aussehen zu lassen könnte natürlich mit einem dunkleren Wallpaper auch gut zur Geltung kommen finde ich eigentlich ganz nett der genaue Name von diesem Theme ist Jarvis OS euch ist vielleicht aufgefallen dass mein Homescreen Wallpaper so ein Weichzeichner drauf hat früher habe ich das immer von Hand gemacht mit Photoshop oder mit Snapseed direkt auf dem Gerät das ist natürlich immer ein kleiner Umstand den man da eingeht und vielleicht auch nicht jedermanns Sache an jedem Bild rum zu Doktern was man sich als Hintergrund einstellen möchte daher gibt es da einen sehr netten kostenlosen Tweak mit dem man sich da helfen kann und der heißt Blur Paper mit Blur Paper könnt ihr einmal die Parallax Option da oben also dieses Hintergrund verschieben wenn ihr den den Vordergrund verschiebt in Relation zueinander ihr versteht was ich meine dieser Verschiebungseffekt auf dem Homescreen beim Durchblättern den können wir hier separat noch mal toggeln im Tweak sehr angenehm und wir haben hier die Möglichkeit separat Lock und Homescreen zu steuern und zwar können wir eben hier einstellen ob wir diesen Blur Effekt haben möchten den Weichzeichner oder nicht auf dem Lock Screen habe ich ihn deaktiviert da sieht der Spaß so aus haben wir hier diese Herbst Szene und auf dem Homescreen habe ich den Weichzeichner aktiviert und ich kann hier ohne Respring reingehen und sagen ich möchte einen bestimmten Filter hier drauf appliziert haben und er macht das dann eben direkt also Ultra Light ist dann natürlich sehr sehr hell wie wir hier sehen und dann können wir in das Dunkle reingehen mit Dark da haben wir also ein Weichzeichner der gleichzeitig das ganze abdunkelt leider ist der Effekt immer sehr stark und wir haben keine Möglichkeit die Intensität des Effekts zu regeln das könnte vielleicht noch in einem späteren Update hinzu kommen dann wäre das wirklich absolut perfekt mit diesem Tweak ansonsten ist es sehr angenehm finde ich denn ihr habt eben in iOS 7 diese sehr hellen Icon Unterschriften und die sind nicht mehr mit diesem starken Schlagschatten ausgestattet wie es bei iOS 6 der Fall war und dadurch wird das natürlich manchmal ein bisschen schwierig bei einem recht hellen oder sehr detaillierten linienreichen Hintergrund dann die Icon Unterschriften lesen zu können dafür ist Blur Paper ziemlich ausgezeichnet so jetzt wollen wir aber doch direkt mal das Theme wieder wechseln hier weil Jarvi OS ist noch nicht so richtig ready für die Primetime auch nicht so 100% ready für die Primetime ist hier die Mac OS 10.9 Winterboard Theme Geschichte es ist durchaus schon mal schön anzuschauen was ich erfrischend finde ist dass wir hier keine uniforme Außenkontur der Icons haben sondern wir auf dem Mac sind die Icons eben wirklich alle unterschiedlich gestaltet es handelt sich sogar um die jeweiligen Mac Icons aus Mac OS 10.9 und wie ihr seht ist das ganze noch lange nicht vollständig und betrifft primär die Standard Icons aber auch Passbook oder der Zeitungskiosk sind hier noch nicht drin kann aber auch ein bisschen mit der Spracheinstellung zusammenhängen bei manchen Themes ist das ja nie so hundertprozentig internationalisiert implementiert worden aber sieht schon mal ganz nett aus würde ich sagen und je nach Anordnung kann man damit bestimmt schon arbeiten wer gerne sein Mac in puncto Optik auf dem iPhone hätte kann sich ja dieses Theme mal anschauen jetzt gibt es natürlich welche die sagen hey mir gefällt das mit iOS 7 ich finde das gar nicht so schlimm hinsichtlich der Optik der Jonathan Ivy und sein Team haben da gute Arbeit gemacht ja die hatten halt wenig Zeit und das merkt man und da sind einige sehr seltsame Design Aushotschein mit dabei die man richten kann und zwar mit einem Winterboard Theme namens Recover das macht wirklich nur minimale Änderungen an den Farben der Icons und an winzigen Details die man kaum bemerkt aber es sieht insgesamt glatter aus ich glaube das basiert sogar auf einem Blog Post den mal ein User Interface Designer gemacht hatte mit Recover wird die Standard iOS 7 Optik einen Tick verträglicher für das menschliche Auge was hier so klingt wie eine niederländische Teesorte ist tatsächlich ein Winterboard Theme Space Blueberry heißt das Ganze und wie ihr seht haben wir es hier mit einem sehr modernen sehr flachen sehr Vektorgrafik lastigen Look zu tun ohne Schnickschnack und wirklich recht minimalistisch aber dafür eben mit knalligen Farben ausgestattet wer das gerne haben möchte der kann da auf jeden Fall kostenlos zugreifen ist über die standardmäßigen Repositories zugänglich und heißt Space Blueberry ist mittlerweile in der Version 1.4 verfügbar und wie ihr seht sehr viele diverse Dritthersteller Apps sind auch mit dabei die da einbezogen wurden beispielsweise Chrome oder YouTube werden mitgefemt wir haben auch ein sehr hübsches Tweetbot Icon dabei Cydia ist so ein richtig schönes Paket das gefällt mir persönlich viel besser als dieses furchtbare Standard Icon und Winterboard hat auch eine sehr nette Variante hier mit dabei und iFile auch also Space Blueberry definitiv eine Empfehlung wert jetzt ist dieser flache Look ja nicht unbedingt jedermanns Sache eigentlich ist ja der Standard IOS Look auch nicht so flach wir haben ja leichte Gradienten also Farbverläufe drin was das ganze schon nicht 100 pro flach macht jetzt im Vergleich zu Windows 8 beispielsweise der modernen Optik der UI dort und mit Ultra Flat for IOS 7 könnt ihr hier eben noch ein Stückchen flacher werden und habt hier die Standard Optik mit leicht abgewandelten Icons wir sehen es bei den Fotos und bei der Kamera da geht es dann also doch sehr sehr flach zu sieht aber auch ganz angenehm aus und erlaubt beispielsweise dass man ein etwas texturreicheres Hintergrundbild benutzt und dennoch die Icons da drauf ganz gut erkennen kann wer es gerne besonders hell mag sollte mal einen Blick auf Clarity for IOS 7 setzen das Team versucht wie der Name schon sagt alles noch ein bisschen klarer und erkenntlicher zu machen wer also häufiger mal nach Icons sucht nach Apps sucht und sie nicht wirklich findet weil alles ebenso knatschbunt ist findet hier so eine angenehme Basis in diesem weißen Grundton ja also mir persönlich gefällt es ganz gut allerdings sind da schon auch ein paar Ausrutscher Icons mit dabei es ist auf jeden Fall der Geschmackssache Clarity for IOS 7 heißt das Ganze und zu guter Letzt einer der absoluten Renner momentan ist Solstis mit diesem Theme haben wir eine wunderbare Mischung aus diesem Schlagschatten der nicht wirklich realistisch gehalten ist aber das eben in Kombination mit diesen glatten Vektorformen und ich finde das sieht sowas von viel besser aus im Vergleich zum klassischen iOS 7 und stellt wirklich eine wunderbare Mischung dar die Farben sind geschmackvoll gewählt die Formen stehen in einem angenehmen natürlichen Verhältnis zum Rest zum Rahmen des Icons insgesamt ein durch und durch ästhetisches Theme und kostenlos über die Standard Repos erhältlich Solstis heißt es na gut einen kleinen Bonus bekommt ihr noch und zwar Zanilla 2.0 das ist ein Theme das gibt es nur bei Divine Art oder Deviant Art je nachdem wie man es aussprechen möchte und das findet ihr nicht über CDA es gibt kein fertiges Package dafür obgleich es auch ein Theme ist was regelmäßig aktualisiert werden soll in der näheren Zukunft wenn sich der Künstler daran hält wir haben auch diesen dezenten Schlagschatten wie bei Solstis also hier noch viel dezenter und die einzelnen Symbole sind noch ein bisschen kleiner in den jeweiligen Icons und finde ich sogar noch ein Stück besser balanciert also mir gefällt die Ästhetik hier besser die Farben sind auch wunderbar gut zu unterscheiden bei den Standard Icons und ich finde mich darin sehr schnell zurecht gleichzeitig wirkt es eben durch den großen Weißraum oder Negativraum um die Icons herum beziehungsweise um die Symbole in den Icons herum wirkt das ganze noch ein bisschen ruhiger und edler wie ihr jetzt an Zanilla 2.0 rankommt das erfahrt ihr bei uns im Blog da findet ihr einen Link zur Seite des Künstlers und eine kleine Anleitung in welchen Pfad ihr am besten die Theme Dateien kopiert damit Winterboard sie auch erkennt und dann kann man das Theme ganz normal hier über Winterboard applizieren Zanilla das war es auch schon mit der heutigen kleinen Übersicht ich hoffe ihr startet gut ins Wochenende und nächste Woche geht es dann wieder weiter mit den Top CDA Tweaks dann sind wir bei Folge 3 und wir konzentrieren uns dann wieder mehr ein bisschen auf funktionelle Tweaks nachdem wir heute so diesen ästhetischen Schwerpunkt hatten wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen dann schießt einfach los in den Kommentaren wir bemühen uns so möglichst schnell zu antworten ansonsten seht ihr uns auch im Blog auf weblogit.net und dann wünsche ich euch was danke fürs reinschauen und vergesst nicht ein Abo da zu lassen falls ihr das noch nicht getan habt danke tschüss